Zwergengeschichte Thomas McGreal aus Airdale in Castleford in Yorkshire schrieb mir, dass er dutzendweise Elfen gesehen hatte und mir Einzelheiten geben wollte, falls ich es wünschte. Leider starb er kurz darauf, aber sein Sohn F. McGreal, der jenes Ereignis zusammen mit seinem Vater hatte, sandte mir freundlicherweise folgende Geschichte. Es geschah im Herbst 1933. Mein Vater und ich hatten einen Freund besucht und als wir uns gegen 5 Uhr auf den Heimweg machten, begann es bereits zu dämmern. Wir mussten über einen Hügel gehen, der zwischen Westport und Ramin in der Nähe des Dorfes Letterbrook im Kreis Mayo lag. Jemand, der den Weg nicht kannte, konnte sich leicht verirren, aber mein Vater und mir war er so vertraut, dass wir ihn hätten blind gehen können. Unter normalen Umständen dauerte der Weg nur eine halbe Stunde. Wir verließen den Flurweg und betraten, so hätte es jedenfalls sein sollen, rauhes Marschland. Doch die Gegend veränderte sich plötzlich und der Boden wurde fest. Es war sehr seltsam und mein Vater und ich versuchten, auf dem Flurweg zurückzugehen. Doch wir konnten keinen einzigen vertrauten Orientierungspunkt finden. Vater studierte seinen Standort und gelangte zu dem Schluss, dass die Elfen uns erwischt hatten. Ohne zu wissen, wohin, gingen wir weiter. Er aber legte seine Finger auf den Mund und stieß einen scharfen Pfiff aus. Im Nu sprangen etwa 400 Meter von uns entfernt überall kleine Ziegel und Schieferhäuser aus dem Boden. Zwerge mit ihren Sturmlampen tauchten auf und rannten umher. Ich kann mich nicht mehr an ihre Kleidung erinnern, aber sie waren ungefähr 75 Zentimeter groß und zu jedem Haus schienen acht bis zwölf dieser kleinen Gestalten zu gehören. Ich bemerkte zu meinem Vater, dass sie vielleicht gekommen waren, um uns zu helfen. Wir gingen also auf eines der Häuser zu, doch sobald wir glaubten, es erreicht zu haben, verschwand es und tauchte an einer anderen Stelle wieder auf. Das wiederholte sich eine Zeit lang und ich begann, mich zu fürchten. Aber mein Vater meinte, sie trieben nur euren Spaß mit uns und würden uns kein Leid antun. Er forderte mich auf, Grasnarben auszuziehen, um sicherzugehen, dass wir noch festen Boden unter den Füßen hatten und uns nicht auf einem der beiden Seen befanden, die am Weg lagen. Doch da wir noch festen Grund unter den Füßen hatten, konnte er den Elfen Einhalt gebieten. Er zog seinen Rock aus und drehte die Innenseite seiner Weste nach außen. Ebenso rasch, wie sie auf seinem Pfeifton erschienen waren, verschwanden sie auch wieder. Wir schauten uns um und fanden einen vertrauten Anhaltspunkt. Wir wussten wieder, wo wir uns befanden. In jener Nacht kehrten wir erst um elf Uhr heim. Der Rückweg, der gewöhnlich nur eine halbe Stunde dauerte, hatte uns mehrere Stunden gekostet. Meine Großmutter erwartete uns. Und ehe wir noch etwas sagen konnten, bezeichnet sie diese Nacht als sehr seltsam und unheimlich. Wenn mein Vater noch lebte, kannte er sich für diese Geschichte verbürgen. In der Gegend, in der er wohnte, war er ein hoch angesehener Mann. Ablade Kerlin Musik 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 Musik